Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von GameZoom Playtime. Heute mit mir, Lars, und mit Christoph. Grüß dich, servus. Und wir reden heute über Overkill's The Walking Dead. Ein Franchise, das inzwischen nicht nur im Spieleformat vorliegt, sondern auch als TV-Serie. Die TV-Serie kam vor den Spielen, was sage ich denn heute? Die Comics eigentlich. Die Comics sind das Ursprüngliche. Genau, von Robert Kirkman. Danach kamen die Serien, auch mittlerweile schon zwei Serien, The Walking Dead und vier The Walking Dead. Und es soll ja noch was kommen. Und es gab ja auch Spiele schon davor, nur die waren ... Naja, wir hatten halt Telltale Games mit The Walking Dead. Die waren ja ganz gut. Die waren ja ganz lide. Gerade die erste Season. Traumhaft. Das war im Grunde auch so ein bisschen das Spiel, das Telltale Games so wirklich nach vorne katapultiert hat. Genau, das war so der erste große Ding. Und dann gab es halt noch sehr viele Mobile-Games und auch, das war auch, glaube ich, vor drei oder vier Jahren kam was raus von Activision. Auch ein Walking Dead-Spiel. Das war, ja, also milde ausgedrückt. Das ist ein bisschen untergegangen. Ganz, ganz schlecht. Der war auch ein ganz schlechter Titel. Jetzt versuchen sich also Overkill dran. Bei wem es jetzt nicht klingelt, Overkill? Das sind die Kollegen, die Payday machen. Eins und zwei. Und ja, sie versuchen sich jetzt an einem Walking Dead, um so ein bisschen das Grundsetting zu geben. Ich glaube, du kannst das wesentlich besser, Christoph, weil du viel mehr in den Walking Dead-Dingern drin bist. Ich bin halt großer Fan, ja. Deswegen war ja, ist das Spiel halt nach wie vor so, für mich so, ja, habe ich mich sehr darüber gefreut, weil man, Payday ist halt ein, also Payday 1 und 2, sind halt echt gute Spieler. Und man, die Jungs von Overkill, also gerade, weißt du, dann wieder dieser Koop-Charakter. Also für mich war halt gleich so der Gedanke da, okay, das wird halt ein geileres Left 4 Dead. Ja, warum es das nicht wird, werden wir jetzt dann kurz klären. Wir müssen auch nochmal erwähnen, genau in den nächsten Minuten, weil wichtig ist, an dieser Stelle zu erwähnen, wir haben hier die Beta-Version gespielt. Und das Ganze, also wir wollen heute noch gar keinen Test machen. Das heißt, es ist ein Preview-Video. Wir wollen euch ein bisschen was erzählen, was gibt es, worum geht es. Aber so diese endgültige finale Wertung gibt es natürlich dann erst so Mitte November, wenn wir dann das finale Spiel gespielt haben, getestet haben ausführlich. Aber wir haben schon mal einen Eindruck bekommen, ja, von den Mechaniken, also vom Setting her. Das Ganze spielt, wer hätte es gedacht, in The Walking Dead-Universum, also nicht für The Walking Dead, wobei sich das zeitlich jetzt eh auch schon alles sehr angenähert hat. Es gibt jetzt auch keine bekannten Charaktere, auf die man jetzt trifft, vielleicht in der finalen Version, dass man da tatsächlich vielleicht einen Rick oder einen Daryl oder so in irgendeiner Nebenmission oder dass man irgendwelche kleinen Hinweise von dieser Gruppe findet. Aber in diesem Fall geht es halt um vier Charaktere, die verschiedene Schicksalsschläge erlebt haben in dieser Zombie-Apokalypse. Wir haben da zum Beispiel Maya, die eine Ärztin ist. Ich glaube, in der Notfallambulanz arbeitet die. Wie gesagt, wir haben halt vier verschiedene Charaktere. Dazu gab es auch sehr geil und gut gemachte CGI-Videos, die das ganze Spiel promotet haben. Die könnt ihr euch angucken bei uns auf der Seite. Da wird auch so ein bisschen nochmal von der Hintergrund-Story erzählt. Und diese vier Charakter, um die geht es mehr oder weniger. Also ihr dürft euch da jetzt auch storymäßig nicht allzu viel erwarten, denn am Endeffekt, es geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung wie schon Payday, gemixt mit Left 4 Dead. Also was heißt das im Klartext? Wir haben verschiedene Missionsarten. Das ist schon mal der erste Unterschied zu Left 4 Dead, weil Left 4 Dead ging es halt immer eigentlich darum, von A nach B zu kommen. Und hier... Ja, wir haben meistens sehr kleine Ziele in den Missionen bei Left 4 Dead. Sowas wie, halte kurz diesen Punkt oder warte, bis das Tor da hochgefahren ist. Ja, aber so das Hauptziel war halt immer in den Safe Room zu kommen. Und bei Fear the Walking Dead, da ist es schon bei Overkill's The Walking Dead, da ist es so, dass man tatsächlich verschiedene Missionen hat, auch mit verschiedenen Missionszielen, also mit übergeordneten großen Missionszielen. Und da haben wir auch schon das erste große Problem, denn die Qualität dieser Missionen schwankt enorm. Wir haben nämlich auf der einen Seite ganz billig generische Geschichten, wie zum Beispiel drei Befestigungen, Zäune zu schützen. Ja, die werden immer wieder überrannt von Zombies oder von menschlichen Gegnern. Darauf kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Also wie gesagt, nicht nur Zombies stellen oder Beißer. Ja, Zombies gibt es ja im Walking Dead nicht. Die heißen ja Beißer, Walker und so weiter. Ich werde jetzt auch gar nicht erklären, warum es da keine Zombies gibt oder diesen Ausdruck nicht. Und wer es wissen möchte, ich werde es irgendwann einmal erzählen im Testvideo. Es ist eine coole Sache. Und auf jeden Fall, wir haben halt auf der einen Seite diese total generischen, langweiligen Halte- und Verteidigermissionen. Und dann haben wir aber auch diese, wie ich finde, gar nicht so schlecht gemachten Story-Missionen, indem wir in die offene Welt geschickt werden. Ja, also was heißt offene Welt? Wollte ich gerade sagen, Auf der Welt ist schon sehr mutig. Es sind immer noch sehr, es sind schlauchartige Levels. Es sind schlauchartige, aber die ein bisschen Platz bieten, um eben theoretisch, theoretisch, praktisch leider nicht, aber theoretisch, dass man da taktisch herangeht. Also sprich, dass wir tatsächlich auf dem Papier sollten wir an Walkern vorbeigehen können, vorbeischleichen können. In der Realität sieht es eh gerade, wie es abläuft. Denn nach ungefähr einer Minute Stealth-Taktik geht es dann eigentlich eh los mit Dauergeballerei. Genau. Wer sich so ein bisschen auskennt in The Walking Dead, im Walking Dead-Universum, weiß, dass unsere beißenden, untoten Freunde natürlich von Lärm angezogen werden. Im Spiel ist das nicht anders. Wir haben nämlich im Laufe der Mission, wenn wir nicht gerade eine dieser Verteidigepunkt XY-Missionen haben, haben wir oben am oberen Bildschirmrand eine Anzeige, die praktisch verfolgt, wie viel Lärm wir machen. Und das Ganze ist in, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, drei Phasen unterteilt. Genau. Und jedes Mal, wenn wir eine dieser Phasen praktisch mit Lärm füllen, kommen eben beim nächsten Spawn mehr Zombies, weil wir einfach mit unserem Geschieße oder mit unserem Krachmachen immer mehr Zombies anlocken. Das Ganze nimmt im Laufe der Mission auch nicht mehr ab. Das heißt, wenn wir einmal diese Leiste voll haben, müssen wir damit leben, dass wir gigantische, untote Horden anlocken. Die aus schwarzen Löchern spawnen, ja. Ja, die leider aus schwarzen Löchern spawnen, denn das ist etwas, was uns immer wieder in der Beta jetzt aufgefallen ist. Das Spawn unserer Gegner ist leider nicht ganz so geschickt geworden, wie es hätte sein können. Wir haben immer wieder ganz einfach nur leere Türrahmen, die in abgedunkelte, schwarze Räume führen, aus denen einfach plötzlich Zombies quellen, ohne ersichtlichen Grund. Und wenn man dann mal ab und zu in einen dieser Räume reingucken kann mit der Taschenlampe, bemerkt man, dass das viereckige, türlose, fensterlose Räume sind, in denen einfach Zombies in die Existenz schlurfen. Also das ist halt eben das, was wahrscheinlich viele Fans stören wird, weil natürlich diese Sache mit dem Krach machen, das ist auch in Walking Dead immer ein ganz, ganz großer Faktor. Deswegen finde ich es auch gut, dass man das eingebaut hat. Das Problem ist aber, man hat überhaupt kein Gefühl dafür, wie viele Zombies jetzt eigentlich spawnen, weil man sieht diese Zombies nicht, weil die halt eben aus irgendwelchen schwarzen Löchern dahergekrochen kommen. Und plötzlich steht man da tatsächlich im Raum, der was vorher noch relativ leer war und muss dann gegen gefühlt 200 Zombies kämpfen. Und auch da, das haben wir auch gerade im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, auch das ist eine Problematik. Also man muss dazu sagen, natürlich auch in der Walking Dead werden oft größere Mengen von Zombies getötet. Aber das hält sich halt immer in einem gewissen Rahmen. Ja, also wenn, spätestens wenn mal so eine Horde von 20 Stück auf die Gruppe von Rick trifft, dann sagt einfach auch mal der Rick, wisst du was, jetzt Rückzug. Ja, das ist einfach too much. Da ist die Gefahr zu groß, dass jemand gebissen wird, ja, oder verletzt wird oder sogar getötet wird. Und das ist etwas, was uns hier vollkommen egal ist. Genau. Wie viel ist das Wortfall aber? Ja, wir sind am Endeffekt, ist es halt dieses Left 4 Dead Prinzip wieder. Ja, weil wir kämpfen gegen Unmengen von Zombies. Ja, also ich habe mal echt mal Gag halber mitgezählt. Ich habe in einer Runde dann so gefühlt 60, 70 Zombies getötet. Ja, also ich glaube, so viele Zombies werden in einer Staffel getötet ungefähr. Ja, also das ist halt nicht unbedingt das, was ich unter Walking Dead verstehe. Ja, und generell, man merkt halt die ganze Zeit über, dass man nicht so richtig weiß, was wollte man mit dem Spiel. Ja, wollte man, auf der einen Seite sieht man halt, dass dieses Payday Prinzip erweitert wurde. Ja, dass man halt eben größere Maps hat, ja, dass man natürlich da auch diese Missionsziele hat, was alles irgendwie eine coole Sache hat. Aber auf der anderen Seite hat man halt diese grausamen Mechaniken übernommen, die im Payday funktionieren, weil einfach da das Setting anders ist und auch das ganze Gameplay ein bisschen anders funktioniert oder aufgebaut ist. Und hier in Overcast der Walking Dead funktioniert das halt nicht. Ja, wir haben es vorher erwähnt, wir haben menschliche Gegner und das KI-Verhalten ist halt nicht wirklich durchschaubar. Wir sollen auf der einen Seite die Möglichkeit haben, das haben ja auch die Entwickler gesagt, dass wir uns Stealth-mäßig vorwärts bewegen und Gegner ausschalten. Das funktioniert aber halt einfach nicht, weil wir überhaupt kein Gefühl dafür haben, wann entdeckt uns ein Gegner, ja. Oder vor allem auch die Gegner haben auch Wie weit ist ein Sichtkegel? Wie aufmerksam sind die? Dann auch die Hitboxen. Ganz schlimm sieht man jetzt auch gerade wieder, ja. Ich schieße da mit einer MP5 gefüllt 20 Kugeln auf einen Gegner und der fällt halt nicht um, weil anscheinend der nicht getroffen wird. Die selbe Situation mit Zombies, kein Problem. Da trifft jede Kugel. Was man auch sehr schön gesehen hat, vielleicht jetzt schon hier in unserem Video, wir zeigen übrigens die PC-Version her, weil auch dazu, also es gibt auch aktuell nur für die PC die Beta-Version, dass das riesengroße Problem ist auch, dass, ich sag mal, der Schadens-Output der Waffen, ja. Es ist halt schon wieder sehr grenzwertig, wenn ich mit einer MP5 auf zwei Meter Distanz fünf Kugeln brauche für einen normalen Standard-Zombie in den Kopf, damit er tot umfällt. Also jeder von euch, der Walking Dead kennt, der weiß, da reicht eine Kugel in den Kopf und dann ist das Thema erledigt. Genauso, wenn ich da einmal mit der Machete oder mit irgendeinem Speer in den Kopf haue, dann ist das Thema durch, ja. Und hier haben wir halt dieses Problem mit diesem, wie ich finde, nicht wirklich durchschaubaren Hitbox-System. Ich habe noch immer kein Gefühl, obwohl ich schon einige Stunden gespielt habe, bei dir war es ähnlich, wir haben noch immer kein Gefühl dafür, wann das Spiel meint, die Kugel hat getroffen oder auch nicht. Das Gunplay, das wir im letzten Video bei Call of Duty so gelobt haben, ist hier leider ganz weit weg. Gar nicht. Es ist ein sehr krasser Unterschied. Und das ist halt eigentlich schade, wenn man gerade meint, die Leute, die Payday gemacht haben, ein Spiel, wo es jetzt auch nicht unbedingt wenig Schießereien gibt, sollte das wesentlich besser hinbekommen. Hier tatsächlich schon von Anfang an. Ich sage jetzt nicht, dass es bei Payday immer perfekt ist, die Art und Weise, wie wir mit Waffen umgehen und wie es sich anfühlt. Aber hier stört es halt wirklich sehr bemerkenswert. Es gibt halt auch noch so etwas. Ja, bitte. Ja, ich wollte mich gerade einhacken, wenn wir schon noch auf diesen Kritikzug aufspringen, weil es gibt halt wirklich jede Menge zu kritisieren. Ein Punkt, der auch extrem nervig ist, also das habe ich schon gerade vorhin erwähnt, das ist halt auch diese schwankende Qualität der Mission. Also man muss sich halt echt vorstellen, die erste Beta lief, da war die erste Mission auch die mit dieser Verteidigungsgeschichte. Und ganz ehrlich, also ich hatte, also hätte ich nicht gewusst, dass es dann noch eine zweite Mission gibt, eine Story-Mission, die deutlich besser gemacht ist, dann hätte ich auf Basis dieser Mission, die man ja auch ein paar Mal spielen muss, weil man da Ressourcen sammeln muss, um eben die nächste Mission freizuschalten, wäre das eigentlich der Grund für mich gewesen, dass ich das Spiel definitiv meine Vorbestellung cancel. Und das ist das, was ich auch überhaupt nicht verstehe, warum man abseits dieser Story-Mission, die ja auch schon jetzt nicht unbedingt extrem geil sind, aber immerhin besser gemacht sind als diese Verteidigungsmission, diese Horde-Modi-Geschichte, ich verstehe es einfach nicht, warum man sowas überhaupt in das Spiel einbauen hat müssen. Also ich hätte es nicht gefunden, charmant, wenn es da eine Mission gibt, ja von mir aus, oder wenn man das vielleicht in eine Mission reingepackt hätte, aber dass das quasi so als eigenständige Mission fungiert, das finde ich schon sehr, sehr krass, weil ganz ehrlich, da kenne ich Mods von Spielen, die kostenlos sind und einfach viel, viel mehr bieten. Das hätte man halt einfacher machen können mit einem Endlos-Modus, ja, dann hätten die Leute, die das spielen wollen, es tun können, ja, mein Fall ist es nicht, ich weiß genug Leute stehen auf solche Modi, gerade in den Zombie-Shootern, aber es halt wirklich immer wieder als Story-Mission zu verkaufen, ist halt echt ein Problem. Was ich halt auch so ein bisschen kritisch sehe, ist momentan noch so die Belohnung für die Mission. Ich weiß nicht, ob du gerade eben noch was dazu sagen wolltest, aber ich schiebe das gerade mal ein bisschen an. Wir erinnern uns so ein bisschen zurück, Payday, wenn wir da eine Mission erforderlich abgeschlossen haben, wir haben Geld bekommen, wir konnten selbst entscheiden, was machen wir mit dem Geld, was kaufen wir uns, wir haben Sachen freigeschaltet, easy. Natürlich läuft das hier ein bisschen anders, wir haben natürlich kein Geld, das wir großartig uns frei holen. Sondern wir schalten halt Upgrades für unsere Ausrüstung frei, wir bekommen Ressourcen, durch die wir dann neue Sachen kaufen und basteln können. Das Ding ist allerdings, die Missionen sind stellenweise nicht unbedingt kurz. So eine Halte unserer Lagermission ist relativ schnell erledigt, dann sitzt man da vielleicht 10, 15 Minuten dran. Wenn man aber eine Story-Mission hat und man ist bereits eine halbe Stunde da drin und kurz vor Ende, man sieht bereits dieses Fluchtauto, mit dem man entkommt, wird man von irgendeinem NPC, der überraschend gutes Aim hat, umgeschossen, genau wie das restliche Team und du bekommst nach dieser halben Stunde Mission nichts. Du gehst komplett leer aus und man denkt sich, okay, das war jetzt irgendwie sehr frustrierend. Und das ist mir wirklich bei den mehreren Momenten aufgefallen. Gerade eben auch, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, nicht nur die Hitboxen von unseren menschlichen Gegnern sind für uns ein Problem, sondern auch, dass unsere menschlichen Gegner verdammt gute Schützen sind. Und wenn man dann diese Mission hat, schütze dein Lager gegen diese menschlichen Gegner mit ihren Schusswaffen, dann kommen die im Grunde rein, überschreiten die Levelgrenze, drehen sich alle einmal zu dir um, schießen die ins Gesicht und du liegst am Boden und denkst dir, okay, scheinbar geht diese Runde an meine Mitspieler, die müssen jetzt übernehmen. Und das hat mich sehr gestört irgendwie. Der Erste, der bei so einem Einbruch in dem Lager ist, in so einer Mission, ist im Grunde der, sagen wir es nicht, der Gearschte. Ja, also das ist zum Beispiel auch, wo man halt wieder merkt, da hat man diese Payday-KI, das war ja im Payday ja auch immer so eine Sache, dass die Gegner extrem gut zielen und auch treffen. Das war schon auch damals, im Payday wurde das immer wieder kritisiert und hier ist es aber ein viel größeres Problem, weil ich habe hier nicht die Möglichkeit, wie im Payday, dass ich mich wo verschanze, ja, was ja auch so, dass die Spielmechanik dahinter ist, ich breche wo ein, ich verschanze mich da und halte halt eben durch, bis mein Fluchtfahrzeug ready ist. Hier im Walking Dead muss ich halt weiter voranschreiten, ja, weil ich muss weiterkommen, ich muss Missionsziele erfüllen und da habe ich halt einfach nicht die Möglichkeit, dass ich mich zehn Minuten wo verschanze, ja, sondern ich muss weiter gehen, ja, die Zombies kommen von hinten und da, das beißt sich dann halt, wie man so schön sagt, ja, diese Mechaniken, die greifen dann halt nicht schön ineinander und auch hier gerade, auch in diesem Moment merkt man halt schon wieder, dass in dem Spiel mehr Payday drinnen ist, als wirklich was eigenständiges, also nicht falsch verstehen. Ich verstehe schon, dass die Jungs von Overkill, dass die da so ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollen, dass die da halt sehr viel aus ihren Payday-Spielen übernehmen wollen, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier kein eigenständiges Spiel spiele, sondern eigentlich nur eine sehr umfangreiche Mod zu Payday, dann finde ich das halt schon relativ frech, vor allem, weil wir hier auch von einem Vollpreistitel rechnen und Vollpreis, da erwarte ich mir dann auch, dass das Ganze technisch säuber läuft und auch da gibt es eigentlich noch einige Sachen zu bemängeln. Also man sieht es gerade, ich spiele das auf dem PC wirklich mit maximalen Settings. Wir können viele Sachen nicht einstellen, ja, von Maussteuerungen angefangen, ja, über, dass wir den Voice-Chat nicht gescheit deaktivieren können, ja, also da, dass man da permanent Leute gehört hat. Deswegen konnten wir es auch zum Beispiel die erste Zeit gar nicht, wir wollten ja mal das live aufzeichnen, es ging aber nicht, weil ständig die Leute sonst uns labern gehört hätten. Also all solche Sachen halt super nervig. Wir haben wahnsinnig viele Clipping-Fehler, also Clipping-Fehler on Maus, man sieht es jetzt gerade hier in diesem Aufzug, ja, also da Beine, Körper schleudern durch die Gegend, ja, also spätestens da hat man nicht mehr das Gefühl, dass man hier einen Vollpreistitel zockt, ja, Licht, Schatten, Texturen, Schatten werden wild durch die Gegend geworfen. Irre hässlich, ja, Texturen, Qualität auf dem Niveau von 2000er-Titeln, ja, also, es tut mir halt leid, auch wenn manche Charaktermodels halbwegs solide ausschauen, ist die Overall-Grafik gesehen, ja, richtig altbacken, ja, also da hat man sich das Gefühl, was Neues zu spielen. Gerade auch was NPCs angeht, ja, ich habe es, wir haben im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, wenn wir unseren Fluchtfahrzeugfahrer anschauen, dann sehen wir, dass das einfach nur ein starres Modell ist, der Typ atmet nicht mal, das ist einfach nur ein absolut ruhig da sitzendes Modell im Fahrersitz, der nichts anderes macht, als nach vorne zu gucken. Und das war's, ja, nicht mal eine Atemanimation. Und diese ganzen technischen Kleinigkeiten, dass man nie wirklich weiß, wer sieht mich jetzt, wer hört mich jetzt, wir können Feuergefecht mit menschlichen Gegnern haben und die menschlichen Gegner, die 20 Meter entfernt in einem Haus sitzen, in dem gar keine Fenster oder Türen mehr drin sind, die wissen nicht, dass wir da sind, während draußen praktisch, keine Ahnung, dass das Armageddon abgeht, ja. Das ist, also um auch noch mal so ein bisschen verdeutlichen, wo man einfach auch wieder sieht, dass dieses ganze Spiel aufgesetzt ist auf dieser Payday Engine beziehungsweise auf den Mechaniken. Wir haben, also du hast es wahrscheinlich auch gesehen, es gibt so viele Räume mit Gegenständen, ja, wo man theoretisch eigentlich hochkraxeln könnte, damit man sich so ein bisschen vor den Zombies schützt, weißt du was ich meine? Man, das sind Szenen, die man aus Walking Dead kennt, dass die Leute eigentlich irgendwo sich hocharbeiten, um dann einfach von oben herab die Zombies zu killen, ja. Und das funktioniert nicht, weil die ganzen Dinge, die da im Raum stehen, über die kann man zwar drüber springen, aber man kann da einfach nicht hochkraxeln, ja. Also es gab so viele Situationen, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, warum? Zur Hölle kann ich da jetzt nicht drüber springen oder kann ich hier raufklettern und kann mich da ein bisschen vor den Zombies schützen, ja. Christoph, dazu kann ich dir eine interessante Ausnahme nennen. Und zwar hatte ich nämlich eine Mission gemacht mit zufälligen Spielern aus dem Matchmaking, und drei von uns waren tot und der letzte Überlebende hat sich auf ein Auto gestellt, hat gemerkt, dass die Zombies ihn nicht angreifen können, wenn er auf dem Auto steht und wenn man ganz tot ist in diesem Spiel, respawnt man irgendwann einfach nach ein, zwei Minuten bei dem letzten Überlebenden wieder. Das heißt, er stand da einfach nur auf dem Auto, hat die ganze Zeit nach links und rechts geschlagen, denn er hat die Zombies getroffen, sie ihn aber nicht. Wir sind einfach alle bei ihm auf dem Auto gespawnt und konnten das Level weitermachen. Und du denkst dir, das ist schief, ja, das ist richtig schief. Darf ich ganz kurz noch über das Sterben sprechen, weil das ist irgendwie etwas, das mir total ruiniert hat zwischendrin. Wir kennen das vielleicht aus Left 4 Dead, und Left 4 Dead ist das nicht so geregelt, wenn wir wirklich mal komplett sterben, ja, dann und unsere Mitspieler das Level weiterführen, dann kriegen sie irgendwann eine Meldung, hey, dein Verbündeter ist da irgendwie gefesselt oder in einem Raum eingesperrt, ist es glaube ich. Dann könnt ihr nämlich einfach an diese Tür gehen, machen die auf und du joinst wieder ins Spiel rein, ja, so nach dem Motto, hey, der war ein Überlebender und wir haben den wieder aufgegabelt. Hier ist das halt wirklich nur, wenn du umfällst durch Zombie-Attacken, hast du eine Minute Zeit, um wieder aufgehoben zu werden, wenn das nicht passiert, bist du ein bis zwei Minuten weg, du bist tot und dann spawnst du einfach beim nächsten Spieler. Und das hat mir es sehr kaputt gemacht, weil dann denke ich mir halt so, okay, es gibt keine Erklärung dafür, warum ich jetzt wieder da bin, es hat keinerlei irgendwie Gameplay-Einfluss, ja, es ist nicht, dass irgendeiner meiner Mitspieler out of his way gehen muss, um mich wiederzuholen, sondern ich bin einfach wieder da und laufe mit Ende. Und das fand ich sehr kurz gegriffen irgendwie, also sehr uninspiriert. Ja, also das, ich glaube, wir können da auch schon so ein bisschen zu unseren, ja, wir haben ja gesagt, wir nennen es jetzt nicht Fazit, wir nennen es jetzt Ersterindruck, deswegen lassen wir das auch jetzt mit, also deswegen bleiben wir auch beim Ersterindruck, ja, also wenn man jetzt die Beta gespielt hat und da gab es ja auch mehrere Phasen, insgesamt drei Beta-Phasen gab es ja, wir haben zwei davon getestet, ja, die wurden eigentlich auch nur inhaltlich aufgepeppt, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sich da groß was verbessert hat, weder grafisch noch spielerisch, noch sonst etwas, es kam halt ein bisschen Content dazu, ich bin ehrlich gesagt, nach den Beta-Phasen bin ich so weit, dass ich sage, ich freue mich leider nicht mehr auf das Spiel, ja, also ich sehe, da ist Potenzial da, definitiv, ja, das möchte ich dem Spiel auch in keinster Weise abstreiten, aber es ist halt so weit entfernt von dem, was ich halt als, als guteste Walking Dead-Spiel sehen würde, ja, dass das, ja, da habe ich halt ein Problem damit, ich sehe halt hier, dass, ja, eine Mod, ich sehe halt hier eine Mod, sagen wir es wie es ist, ich sehe halt hier kein, das hätte auch ein kleines Team von Modern, hätte sowas zusammenbasteln können und dann hätte man das Ganze von mir irgendwie als Indie-Titel bei Steam für 20 Euro reingeschmissen, dann hätte ich auch gesagt, jo, okay, guter Job, aber wir reden halt hier von einem, einen doch größeren Entwicklerteam, das schon größere Projekte gemacht hat, realisiert hat und so fühlt sich halt, Overkill's The Walking Dead überhaupt nicht an, ja, es ist, es ist so schade, wie die Qualität ständig schwankt, ja, ich weiß auch nicht, ob man viele dieser Sachen mit dem Patch beheben kann und wenn, dann sollte man das aber nicht über Patches machen, die jetzt vielleicht erst Monate nach dem Release erscheinen, sondern für mich das einzig Wahre wäre jetzt, wenn die Entwickler sagen, okay, Leute, die Beta, die lief echt nicht toll, wir haben ja auch so ein bisschen im Steam-Forum geguckt, auch da haben viele Leute die Beta kritisiert, wir gehen her, wir verschieben das Ganze nochmal um ein halbes Jahr, machen hier wirklich Feinarbeit, Feintuning, Optimierung, gucken uns nochmal die KI an, gucken uns an, wie wir vielleicht das ein oder andere balancen können, aber das Ganze soll jetzt in zwei Wochen erscheinen und ich habe da ein ganz, ganz ungutes Gefühl, also das Spiel hat Potenzial, aber nicht in dieser, also nicht mit dieser Qualität aktuell und ja, das ist so, also ich kann beim besten Willen nach dieser Beta nicht eine Empfehlung aussprechen, dass ihr euch das Spiel holen oder vorbestellen sollt, wir werden, also wir werden euch natürlich dann über die finale Version was erzählen, vielleicht kriegen sie es noch hin, ja, mit einem riesengroßen Release-Patch oder so, keine Ahnung, aber jetzt so, aktuell, nach dieser Beta, ja, da schließe ich auch direkt das Video, also nach dieser Beta, nee, kann ich leider keine Empfehlung aussprechen, also ich bin da eher mehr enttäuscht als begeistert. Ich kann das leider, um so meine eigenen Worte noch kurz anschauen, leider ziemlich so unterzeichnen, ich habe mir auch ein bisschen mehr gehofft, ich habe mir gehofft, dass es ein bisschen, ein bisschen diesen Walking Dead Flair bekommt, ich habe jetzt nicht so energisch geguckt, wie du die Serie oder die Comics, aber für mich ist es wirklich, es ist ziemlich generisch, es ist wirklich einfach nur, okay, wir gehen da raus, töten nur heute Zombies, machen ein Missionsziel und hauen wieder ab, Ende. Also, vielleicht wird es irgendwie noch storymäßig im fertigen Spiel, gigantisch groß, man denkt sich so, oh Gott, gut, dass ich diese Story nicht verpasst habe, ich gebe momentan nicht davon aus, und wenn wir nicht komplett krass überrascht werden zum Release, dann ist das leider ein sehr unaufregender, uninteressanter Titel, als Ersteindruck. Wie gesagt, als Ersteindruck, aber damit müssen die Entwickler leben, wenn wir eine Beta testen, dass wir natürlich dann auch einen Ersteindruck abgeben. Ansonsten, wie gesagt, das Spiel erscheint jetzt am Anfang November, 6. November, genau, dann später auch für die Konsolen, für die Xbox One, für die Playstation 4, ich glaube aber ein bisschen später, was ich gesehen habe, und wir werden euch dann im November natürlich, wir machen natürlich einen fertigen Test, genau, da werden wir dann nochmal drüber sprechen, werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen, vielleicht auch ein bisschen Live-Gameplay, damit ihr da auch ein bisschen seht, wie das Ganze läuft, wenn man das in Team spielt, ja, oder in einer kleinen Gruppe. Ja, das war's, würde ich mal sagen, du darfst natürlich wie immer den Abschluss, ja. Ja, wir haben jetzt unseren Ersteindruck gehört, Christoph, ich danke dir für deinen Ersteindruck, der sich mit meinem ziemlich deckt. Immer wieder gerne. Und, ja, ein fertiges Video, Nach-Release kommt natürlich noch, wie eben gerade gesagt, und in diesem Sinne, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau liebe Leute.